Moin, hier folgt gleich ein kleines Video, wie gemeinsam mit der Firma MSO Digital aus Nürnberg eine Blühwiese und ein Feuchtbiotop angelegt wird. Das Stichwort lautet Klimaresilienz. Wir müssen das jetzt schaffen und wir müssen jetzt anfangen, Städte und Gemeinden resistenter gegen die Klimaerwärmung zu gestalten. Denn höchstwahrscheinlich in ca. 8 bis 9 Jahren haben wir die 1,5 Grad Erderwärmung und wir müssen dagegen was tun. Ein kleines Beispiel, wie das Handeln geht. Ist gar nicht so schwer. Folgt gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es total nett, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir brauchen 1000 Abonnenten, damit wir ein bisschen Geld über YouTube verdienen können. Wenn ihr das nächste Video euch anschaut, wenn ihr ein Kommentar oder ein Like abgeht, das kann auch ein Dislike sein. Denn wir wollen YouTube Stars werden.